Ich will doch mit dem Frage, dass er bei der Stadt ist. Er sitzt vor dem Tag im Geschäft im Spiel. Aber ich muss spielen, sagt er. Noch 10 Minuten, sagt er. Von 6 Minuten, sagt er. Er wendet 6, sei mehr als 10. Na gut, aber da an einem, sagt er, muss ich... Na ihr Kühe, da guckt ihr. So einen langen Korso hatten wir schon lange nicht mehr. Das waren die letzten Jahre immer so ein Paar halt. Mal gucken, ob irgendwer da stehen bleibt. Der kommt schon reingeschossen oder bleibt keiner stehen. Ne. Hey, nicht, dass der mehr Kilometer da sieht. Ich werde zu keinem dritten den ganzen Korso haben. Ich werde so gute 5 Minuten, 5 oder 7 Minuten machen. Ich werde so gute 5 Minuten, 5 oder 7 Minuten machen. Ich werde so gute Zeit schimpeln. Ich werde so gute Zeit unschuldig noch. Ja. Ich werde so gut hier, damit ich habe traurig machen. Oh ja, das ist so wichtig. Oh ja, das ist so wichtig. 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 Das stimmt. Das ist so wichtig. Okay. 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 Es wird schlecht, wenn ich in den Monitor reingucke. Entschuldigung, ich mache nichts, aber... Wir müssen kommen wieder aus. Ja, stimmt. Sorry. Das ist total wackelt. Ja, das ist hier kurz. Aber so in den Garten so und und und. Du willst jetzt nach vorne um die Autos stehen. Ja, vorne, die Auffahrt halt. Ja, um die Auffahrt zu stehen. Garage und Auffahrt. Tag vor der Bundestagswahl dürfte heute natürlich auch die Politprominenz nicht fehlen. Ministerpräsident Stoiber brachte CDU-Chefin Angela Merkel mit. SPD-Oberbürgermeister Ude erhielt Verstärkung durch Innenminister Schilly. Trotz Wahlkampf prosteten sich Ude und Stoiber nach dem Anzapfen traditionell zu und wünschten für die nächsten zwei Wochen eine friedliche Wiesn. Hans Oberberger. Sie sind dabei. Sie sind auch schon Sport. Im Studio ist Gerhard Wiesling. Alles gut. Kopfschlempft lasst das für die Aufnahmen absolut tödlich. Ja. Sie sind froh, dass hier drin ist. Das ist nicht ein ganzes Auto. Das stimmt. Das ist eine schöne Innenstadt. Wir gehen nicht auf den Weihnachtsmarkt vor zwei Jahren. Ich kenne die Bilder. Ja, ja. Mit sowas erinnere ich mich. Wir sind immer quer durch den Ort gelaufen. Ja. Die Online der Barsch-Ref. Hier unten am vielen Titeln von Zipken. Hier unten, falls im Studio shortest nach ihr. Was wir drام in den Ort genießen, entspannt dieließlich noch Mechanism dotiert werden. Schwerter Aut duo. Hier unten. Hier unten. Hier unten. Was wir nicht? Wer gefühlt das tidak schwarzen? Wir sind im Radio gerade, Antenne Bayern. Das läuft jetzt gerade, der Bericht irgendwie. Läuft er bei euch? Zum fünften Mal treffen sich an diesem Wochenende auf einer idyllischen Waldlichtung bei Ardenbühl Entenfreunde aus mehreren Nationen. Aber nicht diese hier. Nein, es geht nicht ums Federfee, sondern sie alle verbindet die Liebe zu ihren zwei CVs. Ziemlich kuriose Gefährte haben sich da zusammengefunden. Organisiert wird das noch bis zum Sonntag dauernde Ententreffen von unserem früheren Top-Team, dem Entenclub Lindau. Wir haben die Entenfahrer auf ihrer Waldlichtung am Lagerfeuer besucht. Also das, was Sie da rupen oder besser gesagt quietschen hören, das sind Enten aus allen möglichen Himmelsrichtungen, die nach Ardenbühl gekommen sind. Wir kommen aus Holland. Aus Landau in der Pfalz, in der Nähe von Karlsruhe. Ich komme aus Sachsen-Anhalt, also manchmal allein aus Lutherstadt-Eisland. Barbarella aus München war als eine der ersten auf der kleinen Lichtung, hat sich bereits am Lagerfeuer gewärmt und sich riesig auf die alten Bekannten von so vielen anderen Enten-Treffen gefreut. Dieses Jahr habe ich 14 Treffen gefahren. Bis Ungarn, Wien, im Norden, in Henne, Bonn, Essen. 14 Treffen im Ganzen, da war alles dabei. Österreich noch im Schnee. Also auf die Holländer, sagt sie, da war sie besonders neugierig. Beim Welt-Ententreffen, da hatten sie die erste Begegnung. Die gebürtige Deutsche und Wahl-Holländerin, die stellt sich dann auch vor und erzählt von einer der wohl jüngsten Enten-Treffen-Teilnehmerinnen, ihrer jüngsten Tochter. Ich bin im Enten-Kreisen bekannt als Rebellinchen. Wo sie jetzt das erste Mal mit dabei war, war sie sechs Wochen alt. Ihr Mann, ein fanatischer Enten-Fan, schwirmt davon, dass er mitunter schon etwas verwundert angeschaut wird. Die Augen der Leute, wenn die gucken, so, ah, eine Ente mit dem Wohnwagen, das gibt's doch gar nicht, wie kann das denn sein und so. Also das ist eigentlich schon so mit das Gelbe vom Ei. Und dann der Gast aus Sachsen-Anhalt, der nickt zustimmend, nachdem die Ente in die richtige Position auf der Waldwiese rangiert ist und meint. Und so feiern sie denn mit ihren Kultautos. Der gelegentliche Regen kann ihnen nichts anhaben. Sie haben ja ihre Enten und sie freuen sich schon auf die gemeinsame Ausfahrt am Sonntag. Bei vielen Passanten wird es dann wieder das freundliche Enten-Staunen geben, begleitet vom Enten-Kwitschen. Aus Augenbild, Klaus Hittmann, Redaktion Allgäu. Ich sehe. Oh, ich will nicht sagen, ne? Ich bin jetzt wieder ganz klar. Ich bin jetzt wieder. Jetzt haben wir wieder. Jetzt sind jetzt noch mal kurz, da sind drei. Ja, das ist wieder kurz. Jetzt haben wir wieder. Jetzt ist wieder kurz, da ist das Volk, da ist gleich mal drin. Vielen Dank.